Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss mich bei euch entschuldigen. Letzte Woche Sonntag habe ich euch noch versprochen, dass wir jetzt jede Woche auf so ein Video reagieren. Und wisst ihr was? Jetzt haben wir Dienstag! Ich habe mein Versprechen also eiskalt gebrochen. Und deswegen möchte ich mich jetzt in aller Form bei euch entschuldigen. Ich gebe euch die einmalige Chance, mich in den Kommentaren zu beleidigen. Ja, ihr habt 15 Sekunden Zeit, aber versucht nett zu bleiben. Und während ihr jetzt gerade so am Tippen seid, möchte ich, dass ihr ganz kurz wieder zu mir nach oben guckt. Besser, ihr lasst jetzt ein Like da, sonst schicke ich das Bild wie du. Ja, genau du! Irgendwelche Leute im Internet beleidigt. Das geht gar nicht. Ich schäme mich von dir. Du hast richtig gehört, ich schäme mich nicht vor dir, sondern von dir. Also lasst besser ein Like da. Danke! Wir schauen uns heute wieder von Horror Skunks, Superkanal, schaut auf jeden Fall vorbei, das Video I'm not a monster, Cursed Peppa Pig vs. Hagiwagi, an. Das Video schauen wir uns an. 1,5 Millionen Aufrufe, 17.000 Likes. Stellt euch einfach vor, wir haben das Video letzte Woche gemacht. Let's go! Okay, ich bin schon raus. Was ist das für eine eklige Peppa Pig-Version? Vor allen Dingen gab's kein BH mehr. Ich seh nur wackelnde Brüste. Hallo ihr alle. Hallo ihr alle. Ich bin Peppa Pig. Ich weiß schon, was ihr denkt. Was ein süßes Schwein. So weich. So süß. Er kann seine Augen bewegen und er kann mit euch reden. Für nur 29,99. Oh, das ist eine Spielzeugwerbung. Oh, ich kann jetzt schon sagen, dass das Video gut wird. Weil das Schwein, was wir am Anfang gesehen haben, ist auf jeden Fall nicht das Spielzeug, was die verkaufen. Ich mach mal besser den Untertitel an. Du denkst, das ist ein Witz? Guck dir das Ding an! Oh, ist das Ding süß. Was hast du dir denn gedacht? Denk an das Geld! Okay, das Spielzeug tut mir gerade irgendwie ein bisschen leid. Ich kann dir das neue Spielzeug zeigen, wenn du willst. Oh, ist das Huggy Wuggy. Und was passiert dann mit Peppa Pig? Guck es dir an! Ich liebe es! Werde das Schwein los! Sofort! Wir müssen eine neue Werbung machen! Oh, Peppa Pig wird ersetzt durch Huggy Wuggy. Oh! Huggy Wuggy, das neue Spiel! Spielzeug! Das tut mir gerade voll leid. Ich hätte nicht gedacht, dass das Video so traurig ist. Und die Werbung ist schon da. Und Peppa Pig muss sich die Werbung von Huggy Wuggy angucken. Und Huggy Wuggy wird sogar für denselben Preis verkauft. 9.29. Verdammt! Peppa Pig wurde einfach ersetzt! Und das war's mit Peppa Pig. Er wird rausgebracht. Rausgeworfen. Das war schon brutal. Nein! Das ist echt irgendwie traurig. Jetzt bist du an der Busstation. Hallo? Niemand möchte Peppa Pig mehr. Das neue Spielzeug verkauft sich wie Gold! Beeil dich! Oh, da ist ein riesiger Huggy. Nice! Huggy Wuggy, das neue Spielzeug! Und Huggy Wuggy ist jetzt überall in den Regalen. Und Peppa Pig muss sich das angucken. Oh! Ich dachte, das wäre ein Gruselvideo, aber es ist echt traurig. Oh Gott, nicht weinen. Alles ist gut. Oh, ähm. Oh! Gar nichts ist mehr gut. Peppa Pig rastet aus. Nicht jetzt! Leute! Alter! Hallo ihr alle! Monster! Ich bin kein... Ich bin kein Monster! Du, du hast recht. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Also tatsächlich hat der Typ das irgendwie verdient. Ich kann jetzt nicht mal Mitleid zeigen. Aber ich muss ihm auch recht geben. Peppa Pig ist jetzt schon ein ziemliches Monster geworden. Ein Monster und ein Sportbär. Oh, Huggy. Wirst du jetzt gegen Peppa Pig kämpfen? Eigentlich tut mir das Schicksal von Peppa Pig immer noch ein bisschen leid. Egal, wie er das jetzt aussieht. Ich kenne die Vergangenheit. Oh nein. Werde ihn los! Sofort! Okay, das war echt eine traurige Animation. Und Hagi war ein Penner. Ich bin auf Seiten von Peppa Pig. Verdammt, das war wirklich irgendwie traurig. Wegen der Animation werde ich traurig? Oh Gott, okay. Das war die kurze Animation zum Sonntag. Ich weiß nicht, der Rede wert und ein bisschen verzögert. Eigentlich ist das ja nur ein Sonntagsvideo. Auch am Dienstag. Aber heute ist schönes Wetter. Deswegen fassen wir es heute kurz. Genießt das Wetter. Auch wenn das Video erst am Abend kommt. Ich bin da für einen Moment. Ich bin da für ein Angelegenheit. Ich drehe die Funktion, drehe die Rosé, bis ich hinbewerfen. Ich drehe die Stage und leise mit Geld, das heißt Sticker. Ich bin die Stage und leise mit Geld. Ich bin die Möge, also habe ich gesagt, ich bin ich mir auf dem Flicker. Ich bin da für ein Angelegenheiten.